Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit jemandem, der meinen Podcast nicht kennt. Jemand, der auch nicht gezielt auf der Suche war nach Informationen zum Thema Gesundheit, Better Day und so weiter. Ich wollte wissen, wie jemand über die Idee von der besten Version denkt, was das für ihn bedeutet und worauf es dabei aus seiner Sicht ankommt. Ein ganz normaler erwachsener Mann mitten im Leben, mit Familie, Job und allem drum und dran. Das Gespräch war für mich wichtig, um auch mal wieder out of the box zu denken und aus meiner Blase mal rauszutreten. Hole ich die Menschen ab, die ich erreichen möchte? Liefer ich die richtigen Inhalte auf die richtige Art? Ich fand das Gespräch super spannend und du kannst das Gespräch übrigens auch anhören in der aktuellen Folge von Erschaffe die beste Version von dir. Egmont Rosenbeck war mein Gesprächspartner. Eine Frage lautete sinngemäß, was sind die Herausforderungen? Warum sind viele nicht da, wo sie gern wären? Die Antwort auf diese Frage ging etwa in die Richtung, naja, wir werden halt älter und mit dem Alter sind wir meist nicht mehr so sportlich wie früher mal und da nehmen wir halt zu. Oder wir müssten uns beim Essen halt mehr zurückhalten, aber das tun wir eben nicht. Zumindest nicht immer und dann sind da schnell mal 5-6 Kilo, die da nicht hingehören. Logisch, das stimmt. Wenn ich für mich mal zurückdenke an die Zeit, in der ich so um die 30, Mitte 30 war. Wenn mich heute einer fragt, was hast du damals gemacht? Dann fangen mir spontan folgende Dinge ein. Ich habe geheiratet. Wir haben ein Kind bekommen. Dann das zweite. Ich habe mit meiner Frau ein Haus gebaut, mit allem was dazugehört. Finanzierung, Grundstücksuche, Planung, Bau, Einrichtung. Ach ja, ich habe ein Unternehmen gegründet. Mitarbeiter eingestellt und so weiter. Und das alles gefühlt irgendwie gleichzeitig. In Wirklichkeit hat sich das alles bei mir zwischen dem 30. und dem 35. Lebensjahr abgespielt. War eine ziemlich wilde Zeit. Und all das war wichtig. Da stehen ja schließlich Entscheidungen dahinter, die potenziell mein ganzes weiteres Leben bestimmen. Dass das nicht ganz so stimmt, das merkt man dann 20 Jahre später. Aber trotzdem, das alles ist Teil meiner Vita. Und jeder einzelne Bereich, Partnerschaft, Kinder, Hausbau, Unternehmensgründung, fordert schon für sich allein genommen den ganzen Mann oder die ganze Frau. Die Gedanken kreisen über Monate nur um eine Sache. Heiraten, diesen Partner, wir werden Eltern. Wollen wir das überhaupt? Kriegen wir das hin? Soll ich mich selbstständig machen? Kriegen wir das Produkt an den Markt? Soll ich jemanden einstellen und dann noch einen? Sollen wir ein Haus bauen? Das Risiko eingehen ohne sicheres, festes Gehalt und mit neu gegründeter Selbstständigkeit? Vielleicht ist es oder war es bei dir anders oder entspannter. Kann sein. Aber die Zeit ab 30 ist für viele eine aufregende, spannende und auch fordernde Zeit, in der der Fokus auf Wachstum ausgerichtet ist. Beziehung, Kinder, Familie, Hobby, Job, Wohnung, Haus. Man ist auf dem Höhepunkt seiner körperlichen und mentalen Leistungsfähigkeit oder fühlt sich zumindest so. Jetzt oder nie. Und gesundheitlich läuft doch alles. Wir sehen super aus, fühlen uns super, alles gut. Jetzt oder nie. Wer denkt in der Zeit daran, dass die Fitness und die Gesundheit, die gerade da sind, irgendwann mal verschwinden? Irgendwann in ferner Zukunft? Mal ganz ehrlich. Ja, man ahnt es. Man weiß es im Grunde auch. Und jetzt sind gerade andere Dinge wichtig. Darum kümmere ich mich dann später. Und dann steht man ein Jahrzehnt später oder auch zwei vor dem Spiegel und denkt, ups, jetzt bin ich wo gelandet, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Nicht mehr ganz so fit, nicht mehr ganz so schlank, nicht mehr ganz so frei von Zipperlein und Rücken und dies und das. Bei mir war das so. Und ich beobachte ziemlich viele Menschen, denen es ähnlich geht. Scheint also normal zu sein. Was auch immer normal bedeutet. Als mir klar wurde, dass ich in einer extrem aufregenden und spannenden Phase meines Lebens den Fokus mehr auf Familie, Haus und Job gelegt hatte und dabei die gesunde, schlanke, fitte, fröhliche Version von mir etwas aus den Augen verloren hatte, habe ich langsam aber sicher den Schalter wieder umgelegt. Das ging nicht von heute auf morgen. Die Erkenntnis, dass da was zu tun ist, kam auch nicht von heute auf morgen. Das hat sich eher über einen gewissen Zeitraum aufgebaut. Aber es ist mir gelungen. Die Dinge, die mich mit 30, 35 voll und ganz gefordert haben, die gingen irgendwann wieder leichter und entspannter von der Hand. Mit mehr Lebenserfahrung lassen sich auch wichtige Entscheidungen leichter und schneller treffen. Es ist wieder Zeit und Aufmerksamkeit verfügbar. Und du kannst entscheiden, dass diese freigewordenen Kapazitäten gut angelegt sind, wenn du sie in Richtung auf das lenkst, was die Basis für ein erfülltes und glückliches Leben sein kann. Deine Gesundheit, deine Lebensfreude, deine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, dein Glück. Die beste Version von dir. Wenn das bei dir bisher nicht auf der Agenda stand, weil andere Dinge für dich einfach wichtiger waren, vielleicht ganz bewusst und völlig zu Recht, dann kannst du dich ja entscheiden, den Schalter wieder umzulegen. Dann, wenn du bereit dazu bist. Und nur dann. Und wenn du den Schalter umlegst, dann ist es nie zu spät. Das weiß ich. Die nächste beste Version kannst du jederzeit erschaffen. Und wir? Wir freuen uns darauf. Leg den Schalter um und erschaffe die nächste beste Version von dir. Dir ein schönes Wochenende. Liebe Grüße, dein Ralf Bohlmann. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020